willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten aus dem clan wo sind wir wir sind im clan deutschland und ihr habt es schon im bildchen gesehen der bonus bonus verteilen da tue ich mich immer sehr schwer mit muss ich sagen und ich hatte die leute hier eingeladen also hier in diesem clan zur liga sind ja 15 recken hier angetreten mit mir war es glaube ich dann 16 oder 17 war mal ich weiß gar nicht so genau damit auch mal tauschen konnten aber wir haben die liga glaube ich ganz gut gespielt das habt ihr schon im laufe der woche auch gesehen jetzt geht es natürlich daran noch so ein bisschen bonus zu verteilen ich gehe einfach mal rein in die liga und ihr seht wir sind aufgestiegen von gold 2 auf oder in die gold 1 liga 156 medals gab es dafür das ist ganz normal für den zweiten platz das kann man übrigens hier sehen wer das noch nie gesehen hat oder noch nie gefunden hat wir waren ja in gold 2 und da gibt es für den zwei platzierten 156 medaillen dadurch dass wir hier sechs mal gewonnen haben einmal verloren haben kann ich jetzt noch mal sechs mal mehr bonus verteilen das heißt zweimal ist sowieso garantiert plus pro sieg kommt dann immer ein bonus dazu das heißt wir haben hier sechs siege also kann ich an acht leute noch mal bonus verteilen und da tue ich denn ich muss sagen da tue ich mich immer ein bisschen schwer wie ich das denn mache aber ich habe mir jetzt alle also also tatsächlich habe ich jetzt mal geguckt wer hat eigentlich alle angriffe gemacht in allen cks und wer hat er auch mal nicht angegriffen das fand ich jetzt nicht so schlimm ich konnte keinen rausschmeißen oder so ich konnte dann höchstens zweimal durchtauschen einer oder eine ist dann freiwillig gegangen aber mehr mehr konnte ich hier nicht machen und wenn die leute nicht angegriffen haben in einem ck ja dann war es halt so ich konnte jetzt nicht sagen du ich tausche ich jetzt gegen gegen irgendein ich hatte ich hatte einfach keinen außer unten die beiden ganz ganz kleinen accounts die wollte ich jeder nicht mit reinnehmen weil ich gar nicht weiß ob die überhaupt aktiv sind oder hier den clan einfach nur aufhalten letzteres ist wahrscheinlich der fall aber ihr seht das hier wir haben auch wir haben gegen relativ normale bases kämpfen müssen meistens gegen oder oft oben gegen 10er bases das war aber jetzt nicht so schlimm die waren a nicht so stark und b hatten die letzten drei gegner nicht mal clanburg mit dabei dann kann es natürlich ganz anders planen musst vielleicht nur ein gift mitnehmen für vielleicht helden oder sowas um den weg zu giften und ja so so mussten hier unsere 10er beziehungsweise ich glaube wir hatten ein 10 11 war der rest waren neuner hier der daim bier war ganz oben obwohl danach ein rathaus 11 stand aber das ist ein rusher account von marlon so benenne ich das jetzt mal aber auch das war jetzt nicht so schlimm der hat immer schön nett unsere kleinbogen gefüllt mit elektro drachen und was alles so noch dazu gehört das reichte dann und so haben wir hier eigentlich glaube ich die liga woche ganz gut rum bekommen hier ich war jetzt auch wirklich fast nur zu den angriffen hier hat mir dann ab und zu mal ein bisschen was angeschaut und das ist auch gewesen aber hier hat keiner danach jetzt gekriegt so nach dem motto boah ist das ein inaktiver clan ich meine waren jetzt auch nicht viel später kamen noch ein paar zuschauer dazu und naja ich denke mal die 156 medaillen die kann jetzt jeder ganz ganz gut mitnehmen in sieben tagen verdient ich finde das ist das ist absolut in ordnung dafür dass ich es angeboten habe und dass das angebote einige wahrgenommen haben hier einfach mit zu spielen um hier auf abzusteigen oder die liga zu halten also der aufstieg hier nach gold 2 ist in jedem fall denke ich mal auch relativ sicher gewesen schon vorher ich habe es vorher schon gesehen was wir eigentlich so an an bases haben und ja dann dann könnt ihr euch das anschauen hier vom master schief das natürlich auch ein geschenk ne master schief hier mit seinem rathaus oder mit rathaus 9 hatte zwei stück glaube ich hier ein max und ein ja der jetzt so ein bisschen nachkommt da hat er sogar machtrang für genommen dass er die hexen auf zwei hat er nämlich im moment noch auf eins und das ist doch schön sondern das ist ein schönes gefundenes fressen hier so eine base ne da kannst du so richtig so richtig die sau rauslassen so will ich mal sagen die truppen einfach reingespampt du weißt ja klar wo kommt eh nicht und die single inferno ist jetzt gegen die hexen die tun auch nicht so wirklich weh also ist dann schon schön auch denke ich mal für den angreifer wisst ihr selber wenn er sowas vor euch habt dann reibt er euch so ein bisschen die hände und dann geht es jetzt ab hier also cooles teil hier und ich denke mal die taktik passt auch da kann man ruhig über ecke gehen es sind genug hexen vor allen dingen in der base drin in der mitte wird oder wurde noch mal er doch da wird jetzt noch mal durchgeheilt die hexen werden jetzt noch mal geheilt fand ich eigentlich ich fand es eigentlich unnötig weil die haben gar keinen beschuss gekriegt gar nicht die waren eigentlich voll aber egal so bleiben sie im moment voll und den einen inferno den kriegen die skelette natürlich auch weg den single entfernung hier ist ja wirklich nichts max in der base gar nichts noch ich vielleicht nicht mal eine mauer nehmen nicht mal eine mauer hier ist einfach gar nichts das ist einfach ein account den eigentlich löschen kannst weil das ist nichts halbes nichts ganzes und man kann ihn natürlich aufholen solche accounts aber ist dann auch schwierig da brauchst ein bisschen geduld jetzt gehen ein paar riesenbomben hoch aber ich denke die 100 prozent hier sind auch verdient also ihr seht das hier schön mit macht hat nochmal hochgeballert finde ich auch ganz gut dass man sich hier trotzdem so die mühe gemacht hat und hatte noch mal hier so hier und da mal macht dran genommen ich hatte mir eigentlich noch einen rausgeguckt hier hansa rathaus 9 auf rathaus 10 mit valkyren und okay ein go vibe ein go vibe oder ja go vibe mit so ein paar ich würde mal sagen mit so ein paar valkyren auf level 3 auch noch nicht max level und auch die auch die die golem noch auf level 2 also ja das geht dann wie gesagt da geht auch was durch solche bases ihr seht das hier da ist ja schon so ein bisschen rathaus 10 base hier drin und aber wenn du jetzt gar nicht mit schön gefahren hat übrigens trotz trotz thema hier über ecke gekommen ist geht ja doch relativ viel jetzt in in die base rein und ich glaube das ist eine coole eine coole sache hier gewesen so mal ganz ohne vor allen dingen ohne clan buch zu planen das ist immer immer wieder schick hatten wir jetzt auch bei den beim clan spätsel mit so ist dass da sogar in chem 2 ein klan keine klan burgen hatte ist sehr sehr ungewöhnlich aber da hat ein klan mal ein bisschen gepennt und hat einfach vergessen die klan burgen voll zu machen passiert hier nicht muss ich sagen denn direkt immer nach nach kriegsende waren die klan burgen mal recht schnell befüllt ich meine wir neuner haben da auch mit geholfen wir können ja auch ein paar hunde spenden ein paar drachen alles tutti so dass hier auch nicht jetzt nur der marlon greifen musste aber soll elektro dache ist natürlich cool auch bei rathaus 9 bei kleineren rathaus 9 rathäusern wo du dann so helden auf 10 11 vor der hasse braucht dann so eine queen schon ziemlich lange um ein max elektro darunter zu ballern den kannst du zwar giften damit verlangsamst du ihn und er kann seine fähigkeit halt nicht so schnell machen aber die vielen treffer punkte von so einem elektro drachen die müssen auch erstmal untergeballert werden auch hier bleibt hier beliebt gerade so ein bisschen was noch was liegen den gift hätte auch noch nehmen können gerade gegen die helden wenn er schon weiß dass ich den für die klan burgen nicht nicht brauche dann nimmst du für die helden und aber ich denke mal ja so kann man es eigentlich ganz gut machen und rathaus mitgenommen zwei sterne mitgenommen passt so ja also drei sterne jetzt hätte ich hier nicht erwartet wenn dann höchstens vielleicht mit hocks mit luft brauchst du in diese base auch nicht reingehen die luftabwehr sind dann schon ein bisschen zu stark für 2er hunde und 6er loons da brauchst du dann schon einen hund davor der vielleicht level 3 ist aber ich denke mal alles im allen ganz ganz cool gemacht hier wir können auch mal in season info reingehen wo hatte ich das eigentlich gesehen ich glaube hier hatte ich das gesehen die gesamtübersicht also sechs siege und nur ein verloren gegen den ersten das ist jetzt auch keine schmach oder so denn denn gerade der erste war ich gucke mal der war uns doch ein bisschen arg überlegen da haben wir unten ein paar sterne noch geholt zumal auch zwei leute gar nicht angegriffen haben da mussten wir halt die die mussten einfach zwölfer und elfer auslassen die waren doch ein bisschen zu stark haben dann lieber hier unten noch ein paar sterne gemacht also so ein bisschen noch verbesserung betrieben um so ein bisschen dran zu bleiben hier ja aber wir wollen ja auch den ja den bonus jetzt eigentlich vergeben die bonus und ihr seht das acht mal kann ich jetzt noch mal 60 medaillen verteilen da gibt es eine tabelle auf im wiki oder auch ihm ich glaube im forum auch bei supercell wie die verteilung dort ist und wir bekommen hier wie gesagt zwei bonus schon von haus aus für gold 2 das heißt also die sind garantiert und dadurch dass wir jetzt sechs mal gewonnen haben kann ich also acht mal bonus verteilen und es gibt ja so ein paar die haben hier nicht alle angriffe gemacht die schließe ich denn auch leider aus so muss ich mal sagen wenn der hausmeister schließe ich auch aus max lucky gamer der hier also ab ab hier glaube ich kann ich alle alle verteilen hier ich gucke mal gerade wer jetzt was nicht kriegt okay frau müller nicht master chief ich würde sagen master chief ich lasse mich mal als barfuß auch an die 55 kann ich verteilen schuldig bitte 55 ich lasse mal barfuß raus herr müller ich weiß nicht irgendein müller muss jetzt in irgendein müller muss den tod sterben hier der mal und chris mille ich lasse immer die müllers die raus hier dann kriegt der kahn hier nochmal ein und jetzt muss ich gerade mal gucken welcher master chief eigentlich wir nehmen mal dem master chief ich glaube der ist ihm wichtiger wir können ja doch noch was nehmen zweimal master chief das wollte ich denn auch nicht oder gebe ich mir dann doch mal ja komm ich gebe mir auch mal bonus hier unten die haben alle nur einen angriff oder die haben nicht alle angriffe gemacht wobei der king hat nur einen gemacht ihr kommt weg mit bonus hier zack da ist er raus und das haben die leute jetzt auch noch mitbekommen das steht ja immer im chat und sie kriegen auch noch mal eine nachricht ich denke mal die nachricht bekommt man auch wenn man nicht im clan ist also wenn man eigentlich schon raus ist denn alle oder ganz ganz viele sind hier schon raus ich werde den kleinen jetzt auch so stück für stücke lehren denn der clan macht zu bei bei und ja ich fühle jetzt ein bisschen im kicken oder peters immer noch da das aktualisiert ja auch auch nicht immer sofort wenn man hier reingeht da ist er raus und die leute hau ich jetzt raus ich gehe selber mit dem barfuß hier auch raus ich hoffe es hat euch gefallen hier im clan wir können so was sicherlich wiederholen gold 1 wird jetzt ganz kleines bisschen schwieriger aber nicht wirklich schwieriger ich hoffe ihr bleibt mit euch oder mit mir am ball hier wenn euch die folge gefallen hat lassen am ende einen daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen glocke stellen damit ihr kein video mehr verpasst auf twitch denkt dran immer schön mittwochs abends die live streams und auch am wochenende bis dahin aus dem clan deutschland und euer toto flasht Bis zum nächsten Mal.